ja hallo meine freunde herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe mensch meyer der real talk heute mit einer sondersendung sozusagen ich war gerade am stöbern in meinen youtube analytics und das geht hier jetzt raus an alle youtube kollegen sozusagen wer es noch nicht weiß klickt hier auf der linken seite im youtube studio beta mal auf urheberrecht und zwar bekommt ihr dann hier eine auflistung falls jemand auf youtube euer video runtergeladen hat und es zum beispiel jetzt wie ich gerade zufälligerweise gesehen habe auf seinem eigenen kanal als sein eigenes werk hochlädt das ganze ist jetzt schon vor einem jahr passiert habe ich jetzt erst gesehen von dem guten fellow 2006 und man sieht hier unten ist das ursprungsvideo bernhard und bianca im känguroland und da oben ist der titel wie er das ganze genannt hat hier unten seht ihr dann ein video von mir dass ich auf meinem zweitkanal oder original kanal noch mal hochgeladen hatte und wenn man jetzt hier drauf klickt zum beispiel da sieht er er hat sogar mit meinem original ton das video einfach hochgeladen auf seinem kanal und gucken wir jetzt mal und auf seinem kanal was da noch so ist und ich empfehle allen von euch guckt da mal rein auf dem kanal fellow 2006 ob da vielleicht nicht noch irgendwelche anderen unboxing videos vielleicht von euch zu finden sind oder so da klickt einfach auf diese urheber rechts dringster dingster bumster und guckt mal ob da eine eure videos klaut ist ja echt schon starkes stück sowas habe ich es auch noch nicht erlebt und das werde ich auf jeden fall direkt gleich melden und dann mal schauen was da ja was da noch passiert hier oben kann man dann auch noch sachen anklicken das werde ich mir gleich mal genauer anschauen ich wollte das jetzt einfach nur mal kurz loswerden und euch zeigen youtube studie beta linke spalte urheberrecht drauf klicken und mal schauen ob jemand was aus euren videos geklaut hat was irgendwie meldewürdig ist dementsprechend schönen tag noch macht's gut tschau tschau